Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Krypto-Anarchists. Der Preis von XRP ist heute bei 47 Cent, 6% nach oben. 6% nach oben ist schon ordentlich und macht XRP zum Zweit-Most-Gainer-Coin in diesen letzten 24 Stunden. Generell ist der ganze Markt aber auch wieder sehr grün, denn Bitcoin hat sich auch wieder ein wenig nach oben bewegt. Ist jetzt bei 27.400. Der erste Tweet für heute kommt von XRP Crow und hier legt erstmal eine große Ankündigung, denn Ripple, die Firma, hat eine andere Firma aufgekauft und zwar zu 100%, also 100% Aktienanteile erhalten und erworben von der Firma Metaco oder Metaco, Metaco SA, sehen wir hier einmal. Sie haben 4.500 Follower auf Twitter, sind auf Twitter zumindest noch eine kleinere Firma, aber insgesamt auf jeden Fall schon groß und das Ganze passt natürlich in das ganze Ledger-Thema aktuell rein, denn es geht da um Custody, also generell eine Wallet, ein Wallet-System und einfach das Nutzen von tokenisierten Assets für die eigenen Zwecke so ein bisschen, also diese zu halten, diese zu nutzen, einfach diese verwendbar zu machen. Und das Ganze, wie gesagt, passt natürlich in die ganze Ledger-Thematik, denn immer mehr Leute finden das gerade nicht gut, in welche Richtung sich Ledger entwickelt. Sie fühlen sich da ein wenig hintergangen, einfach aus dem Grund, dass Ledger immer gesagt hat, nein, die Ledger können niemals das Ganze exportieren, das ist physisch quasi nicht möglich, also technisch nicht möglich und jetzt mit einem Update wird es dann halt doch wirklich möglich gemacht. Das Ganze habe ich gestern nochmal in meinem Video besprochen, also da bekommt ihr nochmal genauere Informationen und hier haben wir natürlich jetzt das offizielle Announcement, das Ripple Metaco gekauft hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, ehrlich gesagt, dass das Ganze schon ein bisschen länger so rumliegt, sage ich mal, also diese News schon ein bisschen länger rumliegen, aber das jetzt natürlich sehr gut reingepasst hat und sie das deswegen jetzt schon veröffentlicht haben und ist eben, wie gesagt, für die Digital Asset Custody beziehungsweise für digitale Tokenisierung. Und der Cowboy Crypto hat hier einmal ganz spannend einen Zeitplan rausgesucht, was Metaco die letzten Jahre beziehungsweise Monate so gemacht hat, mit welchen Firmen, mit welchen Institutionen sie da so gesprochen haben. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, wenn man das hier mal sieht. Bank to provide tokenization, Bank consolidates digital asset custody, DZ Bank, Germany's second largest, also all solche Verbindungen sind dabei und das Ganze sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr so aus, als wenn sie schon sehr tief verankert sind in dem ganzen Bankensystem und da ein wenig die Tokenisierung beziehungsweise so ein bisschen Krypto allgemein hinbringen wollen. Citi wird hier zum Beispiel auch erwähnt, also überall lesen wir hier Digital Asset, Digital Asset Custody und so weiter. Also das sind schon wirklich sehr, sehr große Namen, die da auch mit im Spiel sind. IBM Ventures beispielsweise und all solche Firmen werden da genannt. Von daher ist das eigentlich genau das, wo Ripple reinpasst und anhand dieser einzelnen Daten hier würde ich sogar schon schätzen, dass Ripple da schon deutlich länger mit an Bord ist und da zumindest so ein bisschen die Fäden zieht. Wenn man das so sieht, hier sieht man dann auch verschiedene Artikel nochmal bei Cointelegraph beispielsweise oder bei Tribel. All solche Verbindungen sind da auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also kurz meine Meinung dazu, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass sie es jetzt gerade angekündigt haben, auch mit dem ganzen Ledger-Thema und in Zukunft wird es mit Sicherheit noch wichtig werden, eine Trusted Wallet, also irgendein System zu bauen, wo die Leute wirklich Vertrauen drin haben und sagen, okay, das Ganze kann ich ruhigen Gewissens nutzen, da kann ich ruhig schlafen, sage ich mal, weil die meisten Leute haben da natürlich aktuell nochmal neu aufgeweckte Bedenken und aus meiner Sicht auch teilweise zu Recht. Dann gab es hier ein Update und zwar vor Gericht. Das ist mit Sicherheit fast genauso wichtig wie die neue Firma, die da jetzt acquired wurde. Und das Ganze sehen wir hier. Das ist zwar ein schon älteres Dokument, aber hier lässt sich etwas sehr Wichtiges rauslesen und zwar, dass es immer 21 Tage sind, die sie hier Zeit haben nach diesen Rulings beziehungsweise nach diesen Entscheidungen, dass dort dann entsprechend etwas eingereicht wird und öffentlich gemacht wird. Und so wird es hier mit Sicherheit also auch wieder sein. Das heißt, wir haben jetzt dann vor kurzem das neue Ruling bekommen von der Richterin und 21 Tage weiter würde uns dann zum 6. Juni bringen, also aktuell noch 19 Tage dann. Und dort könnte also am 6. Juni dann wieder etwas veröffentlicht werden und dann werden wir uns das Ganze natürlich auch hier auf dem Kanal anschauen. Passend zu der Entscheidung von der Richterin, nämlich, dass die Hinman-Mails nicht verschlüsselt werden dürfen beziehungsweise, dass sie öffentlich gemacht werden müssen. Die ungeschnittene Fassung, sage ich mal. Brad Garlinghouse kommentiert das Ganze hier mit einem weiteren Sieg für die Transparenz, dass die ganzen Hinman-E-Mails so veröffentlicht werden müssen und der Öffentlichkeit bald zugänglich sind. Ja, stay tuned, also sozusagen bleibt gespannt, bleibt dabei, wenn unsere Anwälte sich so ein bisschen gerade durch diesen Papierkram durcharbeiten, um das Ganze möglich zu machen. So beschreibt er es hier. Und ich glaube, besser kann man es auf jeden Fall nicht ausdrücken, denn in Zukunft werden wir die Hinman-Mails bekommen. Das Ganze ist sicher. Es gibt keine Möglichkeit mehr dran vorbei, außer die ganze Klage wird vorher beigelegt, was ich aber eher für unrealistisch halte. Von daher da auch mal gerne in die Kommentare eure Meinung. Was denkt ihr? Was wird in den Dokumenten drinstehen? Irgendwas sehr Brisantes? Irgendwas Relevantes für diesen Fall? Oder was Relevantes für andere Sachen? Das könnte natürlich auch so ein Punkt sein. Also dieses, sie wollen das vielleicht nicht veröffentlichen, weil dort dann irgendwelche anderen Ungereimtheiten stehen, im Zusammenhang mit anderen, weiß nicht, Fällen oder irgendwie sowas. Dinge, die vielleicht noch größer sind als diese ganze Klage. Also da würde mich mal eure Meinung interessieren, ob ihr sagt, das Ganze hat eine Relevanz oder ob sie so eine Art 4D-Schach spielen und quasi so hart verhindern wollen, dass es öffentlich wird, obwohl da so gar nichts drinsteht und man so ein bisschen die Energie darauf lenken will. Können natürlich auch sein, auch mögliche Theorien, aber wir werden es auf jeden Fall erfahren. Dann nochmal für die Leute, die ein wenig sich mit Ledger noch befassen wollen, was da aktuell Sache ist. Ledger hat ein weiteres Statement veröffentlicht. Das war ganz früher, das war von 2022, wo sie hier nochmal ganz wichtig gesagt haben, eine Firmware beziehungsweise ein Firmware-Update wird niemals es ermöglichen, dass man die Private Keys, also diese Seed Phrases, aus dem sogenannten Secure Element, also aus einem kleinen Chip, glaube ich, extrahieren kann. Das kann niemals passieren. Und dann im neuen Statement, gestern haben sie dann nochmal gesagt, technisch gesehen war es immer schon möglich, Software beziehungsweise Firmware zu schreiben, die so eine Key Extraction ermöglicht und man musste quasi immer darauf vertrauen, man hat immer darauf vertraut, dass halt Ledger so eine Firmware nicht deployed, also nicht aushändigt sozusagen, beziehungsweise nicht anbietet. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr hartes Statement, denn das zerstört natürlich mittelfristig auch das Vertrauen in solche Firmen, aus meiner Sicht auch zu Recht. Deswegen, wie gesagt, ich werde mich auch gerade mal so ein bisschen umschauen, was es da als Alternativen gibt. Natürlich denke ich nicht, dass jetzt morgen alle unsere Coins irgendwie weg sind und so weiter. Gerade auch, wenn man halt natürlich nicht updatet. Aber ich denke schon, dass es halt eben ein großes Sicherheitsrisiko irgendwo ist. Und warum sollte man das eingehen, wenn man das bei anderen Firmwares und so weiter, bei anderen Gerätschaften nicht hat. Von daher werde ich mir da keinen Stress machen und mir lieber irgendeine Alternative suchen zu Ledger. Auch wenn ich jetzt langjähriger Supporter war, sage ich mal, muss ich einfach sagen, das finde ich nicht gut. Und auch wenn jetzt manche Leute sagen, ja, das ist gar nicht so schlimm, wie kommuniziert und was auch immer. Das Vertrauen ist da auf jeden Fall echt weg. Und das, was die da gerade machen, geht auf jeden Fall gegen meine Prinzipien, dass ich sage, die sollen dafür bezahlt werden, dass sie ein Gerät herstellen, was komplett ergabt, sage ich mal, ist, wo nichts rauskommen kann, wo sich niemand draufhacken kann und was auch immer. Und ich möchte nichts anderes von denen haben. Ich möchte keinen tollen Goodies da irgendwie haben. Ich möchte nicht hier irgendwie noch mit Ledger Secure irgendwie meine Seed Phrases auf drei verschiedenen Servern speichern und was auch immer. Das ist alles meine Verantwortung. Das ist eure Verantwortung. Und damit hat die Firma nichts zu tun. Die sollen einfach nur diese Hardware herstellen. Sie entwickeln sich natürlich immer weiter in so eine kommerzielle Richtung, wo sie sagen, ah, wir bieten noch einen Service extra an und wollen damit noch ein bisschen mehr Geld scheffeln. Ist aus meiner Sicht nicht das, was die nötig haben. Dann geht es weiter von Cypress. Und hier geht es um einen neuen Artikel, und zwar Ripple Buys Crypto Custody. Also halt eben hier in Bezug auf das neue Acquiring, was wir am Anfang des Videos schon hatten. Und ja, hier schreibt er dann quasi, sollte Ripple nicht aktuell verklagt werden, weil sie Unregistered Securities verkaufen? Also warum sind sie aktuell Teil eines regulatorischen Papiers von einem UK Lawmaker? Also vom UK-Gesetzgeber, sagt man so, in dem gesagt wird, dass Bitcoin und Ethereum keinen intrinsischen Wert haben. Und dann sagt er hier genau, weil XRP bald der gekrönte Prinz sein wird, also quasi bald gekrönt wird. Interesting Timing, also alles sehr, sehr interessantes Timing. An sich verstehe ich auch, was er meint. Nur die Sache ist halt eben, mit diesem Intrinsic Value ist immer eine schwierige Sache, denn der Wert, der intrinsische Wert, kommt ja immer nur daher, also von dem spricht man immer nur, bei Sachen, die langefristig immer einen Wert hatten, sage ich mal. Aber auch der Wert von Gold und Silber und so weiter, kommt ja auch nur von dem Use Case plus Spekulation quasi. Also der Wert von Gold wird ja auch daran gemessen, an Angebot und Nachfrage. Und das Angebot natürlich ist entsprechend, was neu gefunden wird. Und die Nachfrage ist halt eben, einmal Leute, die es wegen Wertanstieg halten wollen und natürlich auch für Industriezwecke nutzen wollen. Wobei ich glaube, Silber und Kupfer da mehr so Verwendung findet. Aber gut, da kenne ich mich jetzt nicht so ganz gut aus. Ich will nur sagen, immer mit diesem Intrinsic Value sollte man auf jeden Fall aufpassen. Alle Güter, die an der Börse gehandelt werden, bestimmen sich immer nur durch Angebot und Nachfrage. Also auch XRP hat keinen intrinsischen Wert, sage ich mal. Auch wenn das ein guter, effizienter Coin ist. Aber es gibt nicht irgendwie einen Wert, dass man sagt, ah, XRP ist inhärent, weiß ich nicht, 5 Euro wert oder sowas. Das kann ja einfach nicht passen. Dann geht es weiter von Amir. Und da geht es um den sogenannten Ben-Token. Ben Armstrong, BitBoy Crypto, ein sehr, sehr großer YouTuber. Hat in der Vergangenheit öfter mal über den sogenannten Ben-Token gesprochen. Hat ihn gekauft. Hat dann gesagt, nein, ich werde den mindestens ein halbes Jahr lang halten. Ich werde mein Geld da behalten. Ich werde da quasi den ganzen Coin langfristig pushen, so in der Richtung. Hat sich dann noch ein bisschen was ausgedacht, warum er den aber nicht lockt. Also quasi nicht irgendwie in den Escrow gesperrt hat. Hat dann gesagt, ja, das ist da, um die Hater zu trollen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und ja, dann haben wir hier einmal die tolle Adresse, die er bereits veröffentlicht hatte. Einmal so indirekt oder direkt hier auch in dem Post drin. Und man sieht natürlich, dass da Ben verkauft wurde. Also dieser Token. Für ihn wahrscheinlich nicht jetzt die ultra heftigen Summen. Für uns wahrscheinlich schon. Also hier wurden 21.000 Dollar verkauft. Hier nochmal 21.000 und dann nochmal 37.000. Also der Junge hat da doch schon fast 100.000 Dollar dann rausgezogen. Also wahrscheinlich fast alles verkauft, was er so hatte. Und ja, hat aber natürlich gesagt, ja, ich werde monatelang halten und so weiter. Merkt aber ja so ein bisschen gerade, dass der Hype da abflacht. Und möchte mit Sicherheit das Boot noch verlassen, während er da noch ein paar Profite rausziehen kann. Dann haben wir hier 24 Hours Crypto. Und er sagt dann hier, dass er nicht überrascht wäre, wenn Ripples Valuation auf ungefähr über 20 Milliarden Dollar steigen würde. Denn sehr viele Informationen, die noch nicht berücksichtigt wurden in diesem Chart hier, sag ich mal. Und hier haben wir einmal aktuelle schöne Zahlen von Firmen, wie wertvoll sie sind, also wie hoch sie geschätzt werden, sag ich mal. Und da haben wir hier zum Beispiel Ripple aktuell auf dem Stand von Discord. Discord natürlich auch eine riesen Firma. Aber wenn Ripple jetzt so im Bereich von 20 Milliarden Dollar wäre, dann würden sie auf jeden Fall hier ein, zwei Plätze hochrutschen. Und würden dann schon echt in Richtung von zum Beispiel Chime oder Fanatics oder sowas gehen. Also schon ganz interessant. Solche Firmen wie Stripe oder SpaceX natürlich nochmal way, way, way above. Also nochmal deutlich, deutlich größer. Aber gut, da können wir ja noch hinkommen. Ist ja nicht ausgeschlossen. Aber Ripple natürlich gerade schon mal hier unter den Top-Playern, unter den Top-Firmen. Passend dazu haben wir noch die sogenannte Pay-ID, beziehungsweise Paid, Pay-It, Ripples Trademark. Also eine eingetragene Marke von Ripple. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, beziehungsweise mehrere Logos und so weiter. Haben wir hier Pay-ID, Pay-It. Und ja, dann Ripple On-Demand Liquidity. Ist ja auch eingetragen. Das Ganze ist schon aus 2020. Also ist keine neue Eintragung. Aber wird ja vielleicht irgendwann mal zum Tragen kommen. So die Spekulation. Gerade auch in Bezug auf Australiens NPP Payment Network. Könnte also in Zukunft noch dafür relevant werden. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Hier einmal von Jose. Ledger bald. Hier hat man dann Login with Facebook. Ja, also kann man ja auch nochmal probieren. Wäre mit Sicherheit ein gutes Feature. Ich glaube, einige Leute würden das auch machen. Fänden das doch interessant. Nein, aber natürlich bitte immer nur secure selbst die Seed-Phrases halten. Also mal wirklich jetzt mal auch nochmal eine ernste Note. Also ganz ehrlich, wenn ihr solche Services nutzen wollt, mit hier Ledger, Seed-Phrases aufsplitten und so weiter. Könnt ihr gerne machen. Ist okay. Aber man sollte schon eigentlich alles immer selbstverantwortlich halten. So im Sinne von in der Selbstverantwortung halten. Und ja, packt die Seed-Phrases einfach bei euch irgendwo auf dem, ich weiß nicht, graviert es irgendwo ein oder whatever. Habt das bei euch, habt das bei irgendeinem Freund, dem ihr vertraut oder irgendwie sowas. Und ja, passt da auf jeden Fall auf euch auf. Ansonsten habe ich mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder auf diesem Kanal zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin schreibt mir mal alles, was euch so auf dem Herzen liegt, in die Kommentare. Ich sehe es natürlich nach wie vor alles. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.